ich muss glaube ich noch ein Stückchen ich muss glaube ich noch ein Stückchen sonst komme ich nicht an das wäre ja fatal ich komme nicht so, ich schaffe es nicht I want to make it ja dann Planänderung der schafft es oh mein Gott oh mein Gott das ist Playground da war doch was so Schmerzmittel Rucksack Schmerzugriff nehmen wir alles mit nehmen wir alles mit Rucksack Stufe 1 haben wir schon Verband nehmen wir mit haben wir alles wollen wir nicht was haben wir hier ne AKM wir hatten ja Glück gebracht beim letzten Mal so ein schönes na gehst du hoch aber sie lädt schnell das muss man ihr lassen auch wenn sie sonst nichts kann sie lädt schnell ich bin so langsam ich bin so langsam am Lupen Ups Ups Hä was war das denn was war denn das was war denn das so uuuu 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 3 reload ist uuuu uuuu uuu uuuu uuuum uuuu stufe 2 rucksack alles klar Helm, Neues, ansonsten nix, nicht so n'neues. Steht da eigentlich irgendwo n' Auto oder sowas? Wie rein muss ich denn dann? Naja, über die Brücke vor allem, das ist das Schlimme. Zwei Reste, nice. Obwohl, da kann ich ja zwölf. Ich bin so ein Loop, ne? Na, wirst du wohl? Dankeschön. Bombenzone ist auch da. Super. Hier geht's hoch. Schmerzmittel. Boah, 5, 6er-Mini. Cool, 5, 6er-Mini. Sehr gut. Ups. Kompensator. Genesator. Warte, 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 warte. Wahnsinn Schuss. ist hier tatsächlich wo ich jetzt gleich kämpfen muss ich jetzt gleich wirklich kämpfen ich spiele das spiel auch nicht um zu kämpfen ich spiele das spieler um zu luten so doof ich muss jetzt eh gleich los muss gleich rennen drüben stand glaube ich ein auto ich probiere es einfach mal dad steht in der garage was für ein glücksgriff jetzt werde ich gleich beschossen wahrscheinlich ich nehme die brücke ah die kalmer Huh? Dieses Auto lässt sich nicht vernünftig steuern. Das ist Wahnsinn. Da fährst du mal durch so ein Weißfeld und schon kommt es völlig aus dem Takt. So macht es doch keinen Spaß. Ja, wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Ja, wer schießt immer auf mich? Keine Ahnung. Ich muss weiter. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ja, die Tür ist offen. Jetzt noch irgendwo ein Auto. Ich muss noch irgendwo looten. Ach, Bombenzone. Wer ist denn mit hier? Ist auch schon offen. Die haben alles schon gelootet. Aber ich meine, meine beste Waffe habe ich ja eh schon gefunden. Mein Auto. So wie auf der Hanauer. Das ist auch die größte Waffe des Autos. So, hier. Hier ist jetzt noch keiner gewesen. Richtig? Baby? Tag. Oh nein! Drecksack! Ich hasse dich! Schwein! Echt! Dabei sind wir doch in der Zone drin. Das war doch nicht nötig. Weißt du manche Menschen? Hier war aber doch schon scheinbar. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Den brauche ich nicht. Blendgranate benutze ich eh nie. Dann nehmen wir hier eine Splittergranate mit. Kompensator mal zwei. Können wir auch rein hier lassen. Blub 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 blub. Okay. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Oh, ich bin in der Zone. Es läuft auf Poshinki hinaus. Poshinki. Poshinki. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Hallo? Ich weiß nicht, wie es hier ist. 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 Aber ich glaube, es ist gerade wieder leiser geworden. Hallo, ist jemand da? Fahre wir denn hier? Team Lex 2 Harmonie... Ich weiß noch... Ich behalte ihn noch mal... Wir hoffen, irgendwas nützliches... Ich probier's jetzt da oben... Komm, was soll's... Ich will kurz drüber sprengen... Guten Morgen! Tür ist offen? Hab ich meine Waffe weggesteckt? Warum denn das? Hier ist bestimmt der Typ gewesen, der mir das Auto geklaut hat... Bestimmt der Typ gewesen, der mir das Auto geklaut hat... Ich bin jetzt hier noch oben... Ah ja... Neeh... Das ist der Typ, der das Auto geklaut hat, gell? Das ärgert mich. Das ärgert mich. Jetzt habe ich ja gar keine Waffe, mit der ich Leute töten kann. Ohne nur so ein komisches Gewehr hier. Das ist ja eigentlich nur für Dekozwecke. Oh, hier waren aber viele. Hier waren aber viele. Ein Uzi. Okay. Luke Raw. Schauen wir mal, noch eine. Noch so eine. Nur eine Uzi. Hier kommen lieber die Uzi als die Uzi. Ups. Ja. Ich gebe mir einen Platz. Ehrlich jetzt? Ich bin gerade ein bisschen. Oh, der Kompensator ist schon drauf. Schnell zurück. Zügen. Genau so sieht es auch aus, wenn ich krieche, hätte ich gesagt. Ich gucke gerade in den Kopf drüber. Oh, schau mal. Ich muss ein ganz ganzes Stück in diese Richtung. Da ist ein Haus. Ich muss jetzt losrennen. Da ist ein Buggy. Das heißt, potenziell ist hier jemand, vielleicht aber auch derjenige, der in dieses Haus gegangen ist. Und potenziell derjenige, der hier gestorben ist. Bratpfanne! Jetzt schmeißt die Scheiß-Mini weg die Beurinung. Jetzt schmeißt die Scheiß-Mini weg die Beurinung. Jetzt schmeißt die Scheiß-Mini weg die Beurinung. Ich lass dir erstmal gegeneinander ankämpfen. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, oder er schießt nur nach oben. Tja, Leute. Ja. Ich bin hier. Wo kam der? Von rechts jetzt, ne? Von unten vielleicht? Im Haus? Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich renne hier runter. Okay. Oh mein Gott. In Haus ist das. Oh mein Gott. Okay, ich brauche ein Lassenkasten. Jetzt habe ich wirklich mal einen erschossen, wie lange das dauert, wie oft man den treffen muss. Ich bin gerade so nicht mehr in der Zone drin, aber das Haus da, da ist gerade in der Zone drin. Okay, ich muss gucken was hier noch so liegt. Ich muss gucken was hier noch so liegt. Das ist nichts zu vergessen. Ich versuche zu dem Haus zu kommen. Ich versuche zu dem Haus zu kommen, jetzt muss man immer so um die Ecke gucken, da sind noch nicht mehr. Hat er schon 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 yet. Kein ordentliches Visier. Jetzt sind nur noch 15 am Leben. Hier bin ich in der Zone, ich lasse die Zone einfach kommen, dann gucke ich mal wie weit ich mich kann natürlich sein, dass jetzt einer hier reinkommt. Oh Gott, ich muss weiter. Okay. 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 Da ist der Buggy. Ich geh jetzt mal davon aus, dass von links keiner mehr kommt. Ist auch der, den ich erschossen hab? Das ist alles ein Stück weiter, ne? Ich loot den jetzt nicht. Ich könnte natürlich den Buggy nehmen, dann hab ich wieder ne Waffe, mit der ich umgehen kann. Nicht mehr viel Zeit, nicht mehr viel Zeit, aber auch nicht mehr weit. Ah, hier, oh nein, hier gehts runter auf ein Feld. Da hinten läuft einer? Ok, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin, von da kann keiner kommen, der hat mich schon längst erschossen. Da unten lief einer, aber wo der jetzt hin ist, ne? Nur noch 10! Oh, wie ist denn die Zone? Ja, weißt du was, da laufe ich grad wieder zurück. Ohne Scheiß. Da oben steht ein Auto. Ich sehe niemanden. Das heißt aber nicht, dass keiner da ist. 5 am Leben und ich bin gleich tot. Vielleicht sowas von tot. Ich bin gleich sowas von tot. Ich bin noch nicht in der neuen Zone drin. Ich müsste noch irgendwie zu nem Baum oder so. Die Zone kommt. Dann läuft einer. Warum schieße ich den da nicht tot? Der steht direkt vor mir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der hatte mich überhaupt nicht im Blick. Einmal habe ich ihn getroffen. Ein einziges Mal. Naja, Fünfter. Und ein Kill, der nicht überfahren ist. Der hat mich nicht bewertet. Vielen Dank.